heute was geht ab leute hungen hier nenne ich hatte gestern abend ein neues event angekündigt und zwar irgend so ein fossil event wir gehen es mal kurz durch und zwar gibt es seit heute seit gestern abend und das enddatum ist nicht bekannt aber am 25 startet das nächste event das pokémon go day event und dementsprechend gibt es da auch wieder neue pokémon in den siebenern deswegen denke ich mal läuft das event nur bis dahin also sechs tage ungefähr und in dem event jetzt in dem fossile event gibt es aus den siebenern harmonitas kabuto aerodactyl lillieb agnurit kognadon schilderos galapflos und für mich persönlich interessant flabterix das war's nur flabterix galapflos habe ich mir direkt als er rauskam neu 100 lucky getauscht er tauscht im zweiten dritten versuch oder so schilderos 100 aus dem mai kognadon erste quest direkt 780 hunderter das interessiert mich nicht und ja um ehrlich zu sein nicht so toll es gibt eine menge aufruhe jetzt bezüglich der eier und den ganzen events und sowas darauf gehen wir gleich ein aber an sich das event oder bonus was auch immer das sein soll das ist ja schrecklich alter harmonitas klar es kann shiny sein und irgendwann irgendwer wird ein shiny bekommen und sich freuen aber harmonitas kabuto lillieb agnurit aus dem siebener ist kein bonus das ist eine bestrafung ich will sowas nicht aus dem ei bekommen vor allem nicht aus dem siebener ei nicht mal aus dem zweierwicht das haben aber erst recht nicht aus dem siebener das ist doch schrecklich die letzten vier kann man sich gönnen hier und da brauchen ein paar leute aerodactyl okay wie gesagt für mich persönlich nur fabterix und die wahrscheinlichkeit da ein hundert daraus zu ziehen weil der kann ja nicht wahrscheinlich sein ist kein siebener einig wird in dieser zeit bei von mir gebrühten nein auf gar keinen fall und die begeisterung ist eigentlich auch sehr sehr gering nicht nur sind die leute nicht begeistert die sind eigentlich sogar recht wütend wir haben ja jetzt in letzter zeit auch schon öfter das thema angesprochen wie zum beispiel jetzt beim neujahrs event chinese new year da gab es ja flammen pion nur den siebener und jetzt dann während des events gab es dann scheinlich kommen also flampion zum beispiel habe ich nicht gejagt das hat mir hat sich nicht gelungen für mich fand ich immer die der rest war so schrecklich hatte was da alles aus den siebenern kam das darf nicht in die siebener das sollte verboten werden so schlecht waren die sachen und da nun nur für flampion und das muss dann erst mal 100 werden weil ein anderes juckt mich ja nicht und er kann nicht wahrscheinlich sein also da habe ich komplett eigentlich auf guten verzichtet außerhalb den unendlichen und dann kann man ja jetzt mit shiny kommen und das ging noch weil da gab es mehrere sachen die mich interessiert hatten wie ohne scheinlige ohne 100 kommen hat scheinlich kommen abwunder das scheine anfangs auch 100 aber den habe ich ja dann anders bekommen ich war mit der map check die videos über die map ab falls ihr da mehr wissen wollt und ansonsten kann da auch viel mehr raus und jetzt halt daneben zum beispiel bei waltendienstags event wo neiger nur aus den siebenern nur durch brüten nur durch geld ausgeben und das ist der springende punkt geld ausgeben und ich dachte jetzt zum beispiel jetzt wird gechillt die siebener sind wieder ganz normal wir können uns paar wo neiger brüten weil normalerweise brüte ich eine menge wo neiger auch pariola habe ich schon gebrütet ohne event ohne diesters dachte ich mir wieso nicht brüten wir jetzt nur noch sieben eier jetzt kommt wieder so ein komisches event wo man brüten muss oder sollte aber wie gesagt mich spricht das event nicht an aber der aufruhr ist los jeder youtuber hat eigentlich schon ein video dazu gemacht und die gedisst aber ihr wisst es gibt nur einen kritiker und das bin ich wir sind immer kritisch und die lage der ernste lage sollte euch bewusst sein wenn jeder die kritisiert auch die die nie kritisieren oder selten kritisieren wenn wir kritisieren wir kritisieren immer also bei uns juckt es nicht aber wenn wirklich so leute die nie kritisieren wenn die auf einmal sagen was da los das geht ab das geht irgendwie nicht das darf nicht so weitergehen dann sollte man schon aufpassen auf jeden fall ein großer third mal wieder can we all stop by incubators please jetzt mal in englisch wo dann eine kurze deutsche zusammenfassung another 7k egg event no effort no originality and frankly void of all fun and we have only ourselves to blame nantic is going to keep pumping out these truly awful events we are at this point just cash cows to them they will milk us until we dry up it is just one egg event after the other the game is just boring now as long as we keep buying incubators it's never gonna stop so for the laugh of all that is holy please stop funding this madness ja genau so ist momentan die lage die situation besser kann man es gar nicht zusammenfassen wie gesagt es hat angefangen keine ahnung es hat eigentlich schon länger angefangen damals noch wisst ihr das regional event ich weiß gar nicht mehr wann das war mit dem ausbrüten der regionalen das war auch schon der wahnsinn nächstes event pokémon day gibt es ja auch wieder drei besondere pokémon und zwar die starter von gen 1 in shiny mit hut sprich für die ganzen shiny sammler formen sammler familien sammler hutsammler sehr interessant und das auch nur in den eiern das heißt man muss wieder viel geld ausgeben viel brüten und rein cashen dollar zeichen bei nantic in den augen ka-ching ja so läuft die sache momentan ich kann mir gut vorstellen dass das nächste event auch wieder irgendwas besser und ich denke das wird sich jetzt jedes event wiederholen wie gesagt oder wie der kollege hier sagt oder der third der 2100 upvotes also schon sehr beliebt und auch die ganzen anderen leute youtuber community ist in aufruhr so langsam schlägt eine welle dagegen kleiner protest weil nantic übertreibt bis hin muss ich ehrlich sagen klar sie müssen geld machen und sei den gegönnt und man kann es denen halt nicht vorwerfen weil die sehen ja das läuft da macht man cash machen wir weiter da ist halt ganz normal also so läuft die welt so ist es halt wenn man sieht irgendwas ist erfolgreich irgendwas läuft dann fokussiert man sich natürlich drauf und macht davon immer mehr und immer mehr und immer weiter ja wie er es hier geschrieben hat es geht immer weiter und solange wir da geld reinstecken oder leute geld da rein schicken und natürlich werden die leute das weiter so machen ja dann wird es halt nie aufhören und diese madness wird nie aufhören und bis es halt irgendwann einstürzt kollapst hier das ganze system mit den brüten und geld ausgeben ich kann auch sagen ich brüte wenn ich hier staub will also wenn es irgendwann staubbonus gibt dann brüte ich immer weil da ist mir egal was rauskommt oder jetzt zum beispiel das mit den kaum anladen und johle war okay da habe ich eine menge sachen gebraucht wo ich mir für mich persönlich dann gedacht habe ja okay kann man schon machen war am ende ziemlich sinnlos weil ich habe nichts bekommen aber das ist natürlich eine reine glückssache wo ein pokémon sachen wo ein pokémon da am start sind das sind zwischen null die chance so gering also wo naja oder so oder auch hier jetzt das faszinierend mich interessiert nur flabter x und nur 100 und das sind neun oder zehn verschiedene pokémon wenn acht oder neun davon wirklich böse ich nicht haben will wo es sogar eine bestrafung ist dass ich die bekomme die lasse ich halt ausfallen also muss jeder für sich selber entscheiden aber wäre vielleicht nicht schlecht wenn wir alle mal ein bisschen weniger bieten würden so das hätte ich da mal vielleicht bisschen was daran ändern wird aber eure meinung dazu gerne in die komplage wie findet ihr das jetzt mit den ganzen events und dass manche sachen viele sachen exklusiv sind und dass wir da immer mehr geld anstecken sollen und immer mehr bieten sollen bietet ihr überhaupt eine menge macht ihr damit bei der ganzen sache oder weigert ihr euch da schon seit langem da überhaupt irgendwas noch zu bieten wir hatten ja auch die ganze thematik mit den normalen eiern wir waren ja auf ewigkeiten richtig schlecht und nichts hat sich gelungen zu bieten meint hat jetzt bisschen was geändert und 10er sind ganz okay geworden auch wenn da immer noch viel zu viele bachschmerzen sind aber ja das mit den siebenern oder allgemein mit den eiern das schwächeln nantik auf jeden fall randinformationen es wurden krypto eier im kode entdeckt das ist noch eine ganz andere sache mehr infos dazu irgendwann mal aber jetzt wo wir gerade über eier gehen allgemein um zu den ganzen eiern und der ganzen thematik und dem abzocken system von nantik in die kommentare das war's von mir leute ihr wisst bescheid über liken subscribe kommentieren checkt die videos ab folgt auf instagram facebook twitter checkt den shop ab vergesst nicht pokémon ist bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis GPS